Willkommen auf Fantasy Island. Herzlichen Glückwunsch an all unsere Gewinner des Gewinnspiels. Und willkommen auf Fantasy Island. Ein Ort, an dem alles möglich ist. Ich bin Mr. Rogue, Botschafter Ihrer tiefsten Sehnsüchter. Wir sind alle schon gespannt, wie das hier läuft. Das wird bestimmt eine immersive Erfahrung. Ich verspreche Ihnen, Sie werden nicht enttäuscht sein. Mr. Rogue maßschneidert jedem Gast seine eigene Fantasie auf den Leib. Ich wollte ein bisschen Action. Wir wollen das volle Programm. Den Moment ändern, den ich am meisten bereue. Mich an einer Kindheit zu ran und rächen. Schmerzhaft und kreativ. Fantasy Island! Ein Ort, an dem alles und jedes möglich ist. Das Leben wird sich bald ändern. Für immer. Ich hoffe, Sie sind bereit. Verschiedene Knöpfe für verschiedene Racheoptionen. Lasst uns Spaß haben! Oh mein Gott! Stopp! Das ist nicht, was ich meinte! Ich habe fünf Jahre voller Erinnerungen, die ich gestern noch nicht hatte. Die Insel will sie alle zusammen. Ich glaube, das ist die Fantasie von jemand anderem. Die Insel ist nicht das, wofür du sie hältst. Wir wurden hergebracht, um Teil von etwas anderem zu sein. Als Untertitelung des ZDF für funk, 2017